Ah, Franz, das würde dir auch gut tun, das Heilfasten. Ja, aber was hat dir das Heilfasten gebracht? Meine Seele beginnt von innen zu leuchten. Ist das schon mal jemandem aufgefallen? Also, hat sich schon mal eine Frau für eine frisch restaurierte Seele interessiert? Also hat sich die Frau so interessiert, dass sie sich gesagt hat, ja, was leuchtet denn da so schön? Das muss ich mir direkt anschauen. Dir muss ich ja direkt alle Kleider vom Leib reißen, du erleuchtete, geile Birkenberger Sau. Also, ohne dass du sie dafür Zeit hast. Mein lieber Franz, mit deiner maßlosen Fresserei willst du nur deinen seelischen Schmerz ersticken. Deine Seele kann viel lauter schreien, als du denkst. Jetzt hat sie was gesagt, meine Seele. Hast du das verstanden? Sehr witzig.